So Leute, ich bin wieder in Rosenbach und ja, ich gehe hier gerade runter, gleich wird der Talent einfahren und ich werde wahrscheinlich ein paar Videos mit dem Handy wieder machen müssen, weil ich habe jetzt hier am iPad nicht mehr so viel Speicher frei. Ich mache schon auch Speicher frei, aber die Zugwieder, sie saugen mir zu viel ab, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde das trotzdem irgendwie hinkriegen, muss ich halt mit dem Handy mal auffilmen oder so. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich renne das eh 1080 und bis später.